Moin Moin hier aus Kiel. Ja heute geht es los mit dem Wohnmobil. Wir wollen nach Polen. Wir wollen dort ein bisschen in den Bergen wandern. Nach Lignica und das sind ungefähr 700 Kilometer. Ja alles ist gepackt. Luftdruck, alles kontrolliert, Ölstände. Jetzt kann es losgehen. Moin Moin. Ja jetzt sind wir unterwegs auf der A24 Richtung Berlin. Wir haben noch 563 Kilometer bis nach Lignica. Das Wetter ist schon besser geworden. Wir haben hier blauen Himmel. Die Sonne kommt durch. Wunderbar. Läuft. Was ist das denn kurz vor Berlin? Hier zähfließender Verkehr. Bringt ja unsere ganze Zeitrechnung durcheinander. Na ja, schauen wir mal. Boah, jetzt stehen wir im Stau. Eieieiei. So, wir sind hier kurz vor Berlin. Haben jetzt unsere erste Pause entgangen. Wir wollen gleich mal ein bisschen Mittagessen, Käffchen trinken, kurz mal ausruhen und dann geht es weiter Richtung Lignica, Polen. Das sind noch 300 Kilometer und wir haben ungefähr noch 100 Kilometer bis zur polnischen Grenze. Ja, bis jetzt sind wir ganz gut vorangekommen. Haben so ein bisschen zähfließend im Verkehr gehabt. So ein kleines bisschen Stau gehabt. Aber das ist noch alles im Zeitrahmen drinnen. So sieht es aus. Wir sind im Regen angekommen in Wroclaw, ehemalig Breslau. Ja, schauen wir mal. Jetzt kriegen wir einen Stellplatz und da kommt die Marlene auch schon. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.